Willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords mit Piranha Bytes, dem Harry. Hallo. Und wir schauen uns jetzt mal die Fraktion der Magier an. Das ist wieder unser Held. Hat der eine Augenklappe? Der hat ein Okular. Aha, wie der Inquisitor im ersten Teil. Richtig. Ist es dem sein Okular? Nein, das ist nicht sein Okular, sondern eins, was dieser Held denn speziell bekommen hat. Und damit kann man dann in den Astralraum blicken. Der Astralraum, ah ja. Genau. Und da sieht man zum Beispiel, je nachdem, welche Prismen man vorbekommen hat, kann man verschiedene Dinge highlighten. Also Pflanzen, Gegner, Wertgegenstände. Da gibt es dann so mehrere Möglichkeiten, was einem das Auffinden bestimmter Gegenstände dann vereinfacht. Und kann ich die denn wechseln, die verschiedenen Okulare, je nachdem, was ich gerade brauche? Das wird sozusagen alles gestapelt. Also wenn man, sag ich mal, Pflanzen finden will und Gold finden will und diese Prismen bekommen hat, wird man beides sehen in einer verschiedenen Farbe. Ah ja, verstehe. So, was hat denn unser Magier für Sprüche drauf? Blitzen, Feuer haben wir schon gesehen. Genau, da sieht man gerade sehr schön mit einem Blitz verteidigt er sich hier. Ja, das ist den anderen nicht so gelungen. Die liegen alle tot in der Ecke rum. Genau. Bei Magie ist es natürlich so, wenn der Magier von einer ordentlichen Entfernung angreift, ist es gut für ihn. Wenn er zu dicht dran ist, kann er schon mal böse enden. Aber dazu hat er natürlich auch wieder die Flächensprüche. Hier einen schönen Heilungsspruch. Gibt es Nahkampfmagie auch irgendwie, dass ich mir so ein Lichtschwert oder sowas hier beizaubern kann? Oder irgendwas, was speziell für einen Nahkampf gedacht ist an Zauberei? Es gibt, glaube ich, bei den Dämonenjägern einen Spruch. Ich weiß nicht, ob die Magier den haben. Ich glaube, die Magier haben kein Lichtschwert in dem Sinne. Okay. Aber ein leuchtendes Schwert, das ist wahrscheinlich verzaubert. Genau, das ist jetzt ein speziell gecraftetes Schwert. Erst mal was trinken. Ja, nimm den Schluck. Ordentliche Erfrischung. Richtig. Leider nur Wasser, kein Bier. Bringt das was? Das bringt was. Jetzt sieht man es im Moment nicht. Aber wenn man Lebensenergie verloren hat und dann an einen Wasserfass geht, dann heilt sich nach und nach die Lebensenergie wieder auf. Also man muss nicht unbedingt sein Proviant verbrauchen oder einen Heilungszauber aktivieren. Sofern man ihn denn hat. Man kann dann einfach eins dieser Interacts in der Welt benutzen. Kann man wieder Schnitzel braten, wie in den früheren Teilen? Nein, das wird man nicht können. Schade. Man kann rohes Fleisch braten, falls das gemeint ist. Ah, das war gemeint. Also rohes Fleisch zum Schnitzel braten und dann mehr Lebensenergie für die Karte. Genau, genau. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? In irgendeinem Dungeon? Das ist in einer Mine, die auf Taranis ist. Hier haben vormals Gnome gearbeitet und haben hier die Kristalle aus dem Stein geschlagen. Aber wie man sieht, wurden sie wohl für ewig unterbrochen, da jetzt mittlerweile die neuen Bewohner, die Schatten, sich hier breit gemacht haben. Das heißt, diese Bedrohung der Schatten macht vor nichts Halt auf der Welt? Nein, nein. Die ist allgegenwärtig und ja, wie man an Ihnen hier sieht, also der schläft nicht, sondern der hat seinen letzten Atemzug getan. Der hatte den Auftrag, auf die Mine aufzupassen. Ja, sagen wir mal, er wirkte stets bemüht und das war es auch. Gibt es da eine Fraktion von den NPCs, die mit den Schatten zusammenarbeitet? Nein, die Schatten arbeiten auf eigene Rechnung. Was ihre Hintergründe sind, das erfährt man dann im Laufe des Spiels. Ja, wir haben natürlich auch wieder die Betten. Erstmal hingelegt. Genau. Aha, wo sind wir jetzt? Zappalot. Jetzt sind wir hier in dieser Schattenwelt, in der man denn verschiedene Geister begegnen kann. Okay. Die können einem helfen, sind aber nicht unbedingt alle gut gelaunt, wenn sie auf dich stoßen. Hier sieht man zum Beispiel Mendoza. Den kennen wir doch noch. Genau, aus Risen 1. Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Äh, Moment mal, ich... Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen. Erst völlige Orientierungslosigkeit, dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Wo sind wir hier? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Aber ich muss wissen, was hier... Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nur gehen. Ja, der mag einen nicht unbedingt. Der ist vor allem auch gar nicht so gleichgültig. Nein, aber wenn wir noch die Möglichkeit haben, sag ich mal, es ihm heimzuzahlen. Bones ist doch mein Arzt. Vielleicht hat er was für mich. Man hat einen eigenen Arzt? Ja, und zwar hat man gerade schon den Namen gehört. Das ist der Bones, den... Wie in Star Trek. Ja, der kann einem jedenfalls helfen. Und findige Spieler kennen ihn schon aus Risen 2. Ah ja. Der arbeitet auch ohne Praxisgebühr. Risen 2 war ja mit dieser Piraten-Atmosphäre, beziehungsweise in dieser Piraten-Welt. Ihr seid jetzt beim dritten Teil wieder in eher klassische Mittelalter-Fantasy zurückgegangen. Was hat es da für eine Bewandtnis? Hattet ihr das Thema zu Sie schon komplett abgedeckt, Piraten? Oder wolltet ihr wieder was Klassischeres machen? Wir wollten selber was Klassischeres machen. Das sah man auch an den Magiern. Also die Fans wollten unbedingt die Magier wiederhaben. Und das ist eigentlich auch so ein Element, was wir selber auch gerne mögen. Darum haben wir es auch wieder mit reingebracht. Und ja, wir holen die Fans trotzdem da ab, wo sie sind. Also es wird auch in der Story Rückbezüge geben auf den zweiten Teil, oder? Absolut, absolut. Ist das denn jetzt das Ende der Trilogie, Risen 3? Oder lasst ihr euch das noch offen? Das lassen wir uns noch offen, genau. Jawohl, man muss immer schön auf seinen Rücken aufpassen. Man sieht schon, wenn man mit der Magie umzugehen weiß, dann kann man schon ziemlich mächtig werden. Der ist jetzt auch schon recht hoch geskillt, oder ist das noch so ein eher durchschnittlicher Magier? Oder ist der schon dann... Der ist schon recht hoch geskillt. Oha. Ja. Ja, die Tierwelt hat es nicht so gern, wenn man sich stört. Ja, einige Monster zeigen sich weniger beeindruckt von manchen Zaubern. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man mit einem Zauber unbedingt immer super ausgerüstet ist. Es gibt einige, die sind immun dagegen. Man ist aber scheinbar als Magier auch nicht... Kann sich trotzdem auch mit einer Klinge ganz gut wehren. Absolut. Je nachdem, wenn man seine Schwertfähigkeit gut geskillt hat und beides machen möchte, es bleibt jedem offen, wie er gerne spielen möchte. Okay. Das überlassen wir komplett dem Spieler. Das heißt, die Wahl der Fraktion bedingt dann nur, welche Sprüche denn überhaupt zur Verfügung stehen, nicht unbedingt irgendwelche Schwächen, die drin sind. Dass ich jetzt als Magier nur ein Dolch benutzen kann oder nur leichte Rüstung und so. Richtig, richtig. Naja. Wo ist der denn da hinten? Ja, das ist ein Leviathan, der dort die Gegend unsicher macht. Und dieser Monolith da? Ja, der hat auch eine Bewandtnis für diese Insel, um den Reaktor zu starten. Ein Reaktor? Genau, das ist das Riesengebilde, woran die Magier forschen. Und wenn sie das zum Laufen kriegen, denken sie, dass sie die ultimative Waffe gegen die Titan-Bedrohung gefunden haben. Ob es so ist, das wird man denn erfahren, wenn man das Spiel spielt. Wann erscheint denn das Spiel, genau? 15. August. 15. August. Für PC, PS3 und Xbox 360. Genau. Den werdet ihr auch halten, den Termin, oder? Den werden wir absolut halten. Wunderbar. Ja, der kommt ja gerade recht im Sommer doch. Ja, absolut. Die nächsten Wochen sind ja eher dürr gesät. Man will ja was zu spielen haben. Ich meine, man kann doch nicht rausgehen und sich in die Sonne legen. Das geht ja nicht. Vor allem, welche Sonne denn gerade? Ja. Doch nicht hier in Deutschland. Ja, und wie man schön sieht, eines der Feature, was schmerzlich vermisst wurde, ist das Schwimmen. Schwimmen kann er also auch sehr gut. Genau. Und Schwimmen ist auch nicht unwichtig. Man wird zu vielen entlegenden Gebieten vorstoßen können. Wie hier eine Insel, auf die wir gerade mal zuschwimmen. Und ja, da wird man dann auch interessanten Stuff finden können. Und die Insel haben manchmal auch den einen oder anderen NPC. Das heißt also, wir haben wieder mal darauf geachtet, dass es in der Welt viel zu tun gibt und auch Leute sozusagen ihren Standort haben und da wieder neue Quests mit einem geben. Also wer viel erkundet, wird auf jeden Fall belohnt. Die Welt ist auch frei begehbar. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein langer Schlauch ist, sondern ich kann mich frei in der Welt bewegen und mir selber aussuchen, wohin ich wagen gehe. Genau, wir haben wieder eine frei begehbare Welt, wie man sie von uns kennt. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel man jetzt, das ist nur ein kleiner Teil, den wir hier jetzt gesehen haben. Die Insel ist noch um einiges größer. Und man muss auch nicht immer nur den offensichtlichen Wegen folgen. Es wird auch viele Klettermöglichkeiten geben oder einige Sachen zu umrunden. Also wer erkunden will, dem sei es herzlich angeraten und der wird auch was entdecken. Okay. Na schön, dann waren das jetzt mal die Eindrücke zum Magier. Vielen Dank, Harry, vielen Dank, Cecil, fürs Spielen. Danke für euren Besuch hier bei uns. Gerne. Und wir freuen uns auf Risen 3, Titan Lords Mitte August für die Last-Gen-Plattformen und den PC. Ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Spiel hier weitergeht. Und ja, danke für den Besuch. Da nicht für. Ciao.